Woher weißt du, welcher Schauspieler von welchem Sprecher gesprochen wird? Das recherchieren wir in unseren Datenbanken. Wir haben Zugriff auf die Kaul-Datenbank, auf die Synchron-Kartei und alles andere gibt sich automatisch mit Absprache, mit dem Regisseur, mit dem Team. Das ist eigentlich das Einfachste. Die Besetzung ist im Grunde das Einfachste des ganzen Produktionsprozesses. Bekommst du immer die Sprecher, die für eine bestimmte Synchronisation gewünscht sind? Man bekommt nicht immer die Sprecher, die man sich wünscht, aber oftmals schon überraschenderweise wird es dann möglich gemacht. Aber es gibt auch immer schöne Alternativen und die gefallen uns dann manchmal sogar besser als der Originalwunsch. Passiert es oft, dass ihr selbst für hochkarätige Produktionen zu Kompromissen gezwungen seid, weil zum Beispiel ein Gerrit Schmidfoss oder ein Tobias Meister gerade ausgebucht sind? Keinesfalls. Da wird eine Regie verschoben, die Gerrit eventuell woanders hat. Also man findet immer einen Weg oder man geht in die Abendschicht und Gerrit spricht dann noch zwei Stunden am Abend. Das ist kein Problem. Da kommt man uns immer entgegen und da hilft man sich gegenseitig studioübergreifend. Wie gehst du vor, wenn du herausfinden willst, ob ein bestimmter Sprecher für die Produktion zur Verfügung steht? Wir rufen beim jeweiligen Disponenten an, fragen den Zeitraum grob ab, sofern wir den schon wissen. Fragen da an, wie wir dann da stehen würden, ob wir an Position 1, Position 5 oder 10 Stunden und wie realistisch es ist, den Sprecher zu der Zeit zu disponieren und mit ihm eine Rolle, sagen wir, von 400 Takes aufzunehmen. Das dauert dann ja auch ein paar Tage und dafür muss der Sprecher ja auch wirklich Zeit haben. Und dann bekommen wir halt eine Vormeldung vom Disponenten und wissen dann, wen wir alles fragen müssen. Nehmen wir an, wir stehen an Position 5, da müssen wir vor uns vier Kollegen fragen, wenn es dann soweit ist, ob ich den Sprecher X für das Projekt bekommen kann an dem Tag. Wenn alle dann, die vor mir stehen, sagen, ist okay oder du kannst ihn von da bis da haben, dann kann ich zugreifen und den Sprecher zu mir ins Studio holen. Wie lange im Voraus wisst ihr, welche SprecherInnen euch zur Verfügung stehen? Das ist meistens ein Job. Also das wissen wir manchmal nur einen Tag vorher oder bei so großen Sachen. Tobias Meister spricht jetzt ja auch nicht jede Kleinstrolle in der Serie, da wissen wir das auch schon Wochen vorher. Wenn ein gewünschter Sprecher oder der Stammsprecher eines Schauspielers keine Zeit hat, krank oder im Urlaub ist, wann wird dann eine Aufnahme verschoben? Wann weicht man auf einen alternativen Sprecher aus? Also das ist eine reine Kundenentscheidung letzten Endes. Und wenn der Kunde jetzt wirklich Druck aufbaut und den Film, die Serie sehr schnell haben möchte, dann versuchen wir unser Möglichstes, um den Sprecher irgendwie aufzunehmen. Es sei denn auch im Urlaub eventuell da ein Studio zu finden und da ihn aufzunehmen, sofern der Kollege mitspielt. Ansonsten müssen wir wirklich leider umbesetzen, was aber das Produkt ganz, 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 ganz selten vorkommt. Wer entscheidet über die Sprecherbesetzung für einen Film wie zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood? Zum einen gibt es ja die Kategorie Feststimmen, an die wagen wir uns nicht ran, die umzubesetzen. Nicht wie Herr Petersen das gemacht hat in Troja. Ne, also das, im Grunde die Feststimmen stehen vornherein fest. Die recherchieren wir aus den genannten Besetzungsportalen. Und die Nebenrollen werden in Absprache mit dem Regisseur ganz einfach besetzt, mit uns und den Regisseuren. Musst du bei der Besetzung von Sprechern für die Synchronisation von Filmen und Serien ein festes Budget einhalten? Ja, ich habe bei jeder Folge, beziehungsweise bei jeder Staffel eine gewisse Summe. Und die muss ich Pi mal Daumen einhalten. Sonst kommt die Firma quasi ins Minus. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen Gewinn machen mit unseren Produktionen. Und das wollen wir ja auch nicht. 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 Und das wollen wir ja auch nicht.